Und willkommen zurück bei Alondra. Verzeihung, aber das nächste wurde auch wieder. Alondra, komm schnell, ich hab noch einen Schalter gefunden. Super. Ähm, was ich sagen wollte, äh, verzeihung, dass es nochmal so passiert ist, dass, ähm, der letzte Part wieder in zwei Teile gecutt werden muss, aber leider nimmt er keine elf Minuten. Und was hast du jetzt für einen Schalter? Es könnte eine Falle sein. Es könnte alles sein. Ah, wir müssen das probieren, oder? Okay, jetzt drehe ich den Schalter. Ich drehe den Schalter, der uns töten könnte. Bist du sicher, dass wir es tun sollten? Ja, mach mal. Was zum, es hat sich noch als Chemist aus dem Ostflugel. Ich geh schon nachschauen. Ich glaub, das hier hat sich geöffnet. Schieben wir das hier. So, was hat das jetzt bewirkt? Hey, nur für ein paar kleine Rätsel kriegt man ein Lebensdiamanten. Das finde ich immer wieder nett. Lebensdiamanten können wir immer gebrauchen. So. Und, ah, das hier hat sich geöffnet. Super. Sieht so aus wie eine Schule. Na gut, einfach wieder an den richtigen Platz schieben. Du kommst dorthin, du kommst dorthin, du kommst dorthin. Du kommst dorthin. So, und so. Und noch ein Buch erhalten. Das Buch der Strophen erhalten. War das hier wohl eine Musikschule? So, das müsste dann auch das letzte Buch gewesen sein. Dann bringen wir das mal auch mal dahin. Terrami ist noch zu. Vielleicht ändert sich das jetzt aber. Sollen wir das Buch hinten auf die... ...schieben? Aber ich bitte rum. Na super. Eigenartigerweise. Das eine Regal schiebt sich vor das andere. Da kann man doch die anderen Bücher nicht mehr lesen. Ja, kann ich jetzt wieder? Danke. So. So. Hier darf man den Teppich nicht berühren. Den Teppich berührt, dann verschwinden Kiste und Truhe. Ich zeig's mal. Wenn man wieder weg geht, dann kann man wieder alles wieder von vorne machen. So. So. Hepp, hepp, hepp. Und danke. Einen merkwürdigen Schlüssel erhalten. Hm. Vielleicht ist der Schlüssel für den Altar. Hm. Bringen wir den mal, Septimus. Vielleicht können wir da... Vielleicht können wir den was machen. Vielleicht kommen wir dann wieder runter. Schau... Schau hier. Das ist so eine Art Schlüsselloch, aber irgendwie ungewöhnlich. Das habe ich noch nie gesehen. Wie sieht da wohl der Schlüssel aus? Ronald hat den Schlüssel hier sicher irgendwo versteckt. Wir müssen ihn finden. Nun, war deine Nachforschung von Erfolg gekrönt, Alondra? Alondra übergibt den merkwürdigen Schlüssel. Er scheint zu passen, Alondra. Sag nicht so oft meinen Namen, ich weiß, dass ich Alondra heiße. Drehen wir es und sehen, was passiert. Es hat sich bewegt bei den Göttern, Alondra. Sieh nur, eine versteckte Treppe. Ich wette 100 Gulden, dass Ronan nicht nur... Nicht nur... Den nicht nur kennt, sondern auch benutzt. Aber für was? Dann gehen wir doch mal runter. Und wir gehen und gehen und gehen weiter runter. Das geht aber ziemlich tief runter. Was macht Ronan hier? Wie kam er dann hier raus? Hat er einen zweiten Schlüssel? Außerdem... Melsas? Die beten Melsas an? Das ist eine Götterstatue zum Anbeten. Der König hat es doch verboten. Und du brichst das Gesetz? Warum, Ronan? Warum? Seit die Götter nicht mehr sichtbar sind, wurden sie von den Sünden der Menschheit einfach vergessen. Nur in Notfällen haben wir zu ihnen gebetet. Deshalb sind die Götter jetzt verärgert. Ich bin ein treuer Diener der Götter und ich verehre sie weiterhin. Ich habe gegen dieses Gesetz geschlossen, seit es erlassen wurde. Das habe ich nie verborgen. Die meisten hier wissen es. Meinst du, dass die Götter zornig sind, Ronan? Sind sie der Grund für unsere Albträume? Die Einzige, die gesagt hat, dass die Albträume das Zweck des Böses sind, war Maya. Oder warst du es, Alundra? Ich verstehe das nicht. Warum quellen und ermorden uns die Götter, die uns erschaffen haben? Weil wir sie betrogen haben, Septimus. Seit dem dummen Gesetz des Königs haben wir unsere kreativen Fähigkeiten verloren. Deshalb haben wir gelernt, unsere Träume zu kontrollieren und zu manipulieren. Wir suchten das Glück in uns selbst, in unserem Ich. Verstehst du es nicht? Es sind nicht die Schuld der Götter, es ist unsere eigene. Lass uns gehen, Alundra. Mit dem Fanatiker zu reden, ist Zeitverschwendung. Ronan, wir werden den Kampf gegen das Böse fortsetzen, das uns befallen hat, auch wenn wir gegen die unbarmherzigen Götter selbst kämpfen. Denn ein Gott unerbarmt ist ein Dämon. Weise gesprochen? Ha, 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 ha. Oh, wirklich? Da werden die Götter aber vor Angst zittern vor deinem Sohn, Septimus. Ohne Zweifel, das war ein Porträt von Melsus im Keller der heiligen Städte. Ist Ronan wirklich der Einzige, der ihn angebetet hat? Oder haben es noch andere Dorfbewohner getan? Mir gefällt nicht, dass keine morgendliche Musik kommt und Jazz arbeitet. Ein Krafthandschuh. Alondra, heute Morgen wollten meine Hände unbedingt etwas schaffen. Ich bin in die Werkstatt gerannt und habe das hier gemacht, fast ohne darüber nachzudenken. Den Handschuh der Macht erhalten. Das ist nett, danke, aber... Wer ist es diesmal? Dann wurde mir klar, dass wieder einer aus dem Bedarf gestorben sein muss. Bitte sag mir, dass alle noch leben, Alondra. Bitte! Alondra, es ist furchtbar. Sibyl ist zu uns. Sie wurde kaltblütig ermordet. Was? Oh nein! Lauf schnell zu ihrem Haus, vielleicht kannst du einen Hinweis finden, wie sie ermordet wurde. Nicht Sibyl! Die mochte ich echt wirklich gerne. Sie war doch noch ein Kind. Das Begräbnis ist vorbei, aber viele sind immer noch auf dem Friedhof, um zu trauern. Alondra, hast du gehört? Es gibt Gerüchte, dass Sibyl nicht durch einen Albtraum gestorben ist, wie die anderen. Sie wurde im Schlaf ermordet. Einer aus unserem toten Dorf ist ein kaltblütiger Mörder. Ich habe Angst, Alondra. Einer aus dem Dorf? Wer war es? Ich muss jetzt unbedingt zum Friedhof. Lass mich durch. Sibyl hat dir schon vertraut, lange bevor wir wussten, was los ist. Ach, komm schon, geh an. Du solltest deshalb für sie beten. Ich möchte niemanden mehr verlieren, den ich liebe, Alondra. Es soll wieder Frieden sein. Hast du mit Fein gesprochen? Wer aus dem Dorf könnte so graus sein, um dein unschuldiges Mädchen zu töten? Ach. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.